Ihr wolltet, dass ich polnisch essen gehe, also sind hier drei Gerichte, die ihr einmal im Leben probieren müsst aus Polen. Als ich heute Mittag beim Spazieren langsam Hunger bekommen habe, habe ich einen kleinen polnischen Laden entdeckt, der sogar warme Gerichte kocht. Also habe ich mir ein paar Sachen mitgenommen und bin damit in den nächsten Park gegangen. Als erstes gab es Super Zbowa, eine Pilzcremesuppe mit Gemüse und Kräutern. Mega. Danach etwas, das nicht fehlen darf, Pierogi, polnische gefüllte Teigtaschen. Meine waren mit Frischkäse, Kartoffeln und Zwiebeln. Das war absolut himmlisch. Und dann gab es noch Guamki, geschmorte Wiesingrouladen mit Hackfleisch, Reis und einer richtig leckeren Tomatensauce. Das ist mit Abstand das Beste. Jetzt bin ich auf jeden Fall satt. Welche Küche als nächstes?